Pause Etwas, das jeder Mensch braucht, doch viel zu selten genutzt wird. Die Pause Die Pause vom stressigen Alltag Die Pause vom Smartphone Eine Pause, um wieder einen kleinen Kopf zu bekommen Doch tun wir dies Ständig quälen uns Gedanken Bis tief in die Nacht Teilweise Schlafen wir sogar gar nicht mehr Wachen in der Nacht auf Und checken dann Dass es nur ein Albtraum war Doch dann kommt die Realität Die Präsentation muss bis morgen fertig sein Ich hoffe, ich kann mich auf sie verlassen Ähm, ja Wir haben leider nicht mehr viel Zeit Bitte beeilen Sie sich Unsere Firma hängt davon ab Oh Mann Immer dieser Stress Wir arbeiten bis tief in die Nacht durch Vielleicht sogar ohne Pause Ja, Pause Eigentlich ist es doch das, was wir brauchen Um uns zu erholen Um uns zu erholen Weg vom Handy Einfach für sich mal alleine sein Ein Spaziergang in der Natur zu machen Einfach für sie selber da zu sein Um einen Ausgleich zu schaffen Vom stressigen Alltag Einfach mal offline sein Offline